weiter geht's in CityScanals 1 in der Realistic Population Mod. Unser Ziel ist es ja die 1 Million Einwohner zu knacken. Lasst gerne einen Daumen oben da, bewertet bitte gerne das Video. Los geht's! Einen wunderschönen guten Morgen, guten Nachmittag, Abend wie auch immer, wenn ich euch das Video den Anschutz meine Lieben. Wie ersehen kann es unsere wunderschöne Stadt. Ich habe ein bisschen was verändert, denn wir waren nicht genug Hochhäuser in der Stadt. Ich weniger europäisch und wie ihr seht, schaut mal hin, viel viel geiler. Unsere Fußgängerzone ist so geil, die ist so am laufen, mega mega cool. Hier unsere Bahnhöfe. Man kann sich schon sehen, da sind Züge fahren, da sind auch die Hochhäuser. Unser Ziel ist es ja heute, ich hätte gern hier zu einem, ich weiß nicht, ich würde zuerst einmal das ausfüllen, auch auf der rechten Seite, also hier, hier auch, und dann die erste Straßenbahn machen, also die Straßenbahnlinie, dass wirklich die Leute da schön überall hinkommen. Die Frage ist jetzt auch nur, ich glaube wir müssen uns langsam wieder um schulen und den Müll kümmern. Und das werden wir jetzt machen. Die Frage ist nur, was nehmen wir? Was gibt es denn da alles? Large Recycling Center. Wenn wir da das tatsächlich nehmen, was ist das? Das ist irgendwas. 192.000. Was ist das? Der Komplex schickt Müllumschlagsecke ist los, um zu... Okay. Müllumschlagsanlage. Na, ich würde eher das machen. Ja. Lass das doch gleich mal machen. Wo bauen wir das hin? Wir brauchen halt, da ist noch gar nichts mit Müll. Schaut das an. Das ist ja kompletter Schmoren. Wir könnten halt hier noch so einen kleinen Bereich hin machen, wo dann nichts fährt, wisst ihr. Das werden wir jetzt kurz machen. Moment. Moment. Das geht nicht ohne mir. Wie machen wir das? Ich würde ja da einen Durchgang machen. So, gib mal her. Straße. Wir machen eine kleine Straße. Zweispurig. Ohne irgendwas drumherum, würde ich sagen. Eine zweispurige Straße. Wir müssen aber unten durch irgendwie. Wird das tatsächlich daher machen? Was ist das eigentlich da? Ah, das ist ein Spielplatz. Und tschüss. Entschuldigung. Was soll ich machen? Brauche ich nicht. So, die Frage ist jetzt, gehen wir, schaffen wir's, da gehen wir drunter oder drüber. Ich will irgendwie drunter, also runterholen. So, warte mal, nimm das da noch. Jetzt weg. Ähm. So, na gut. Daher bauen. Tak. Ampel weg. So, die Frage rauf oder runter? Nein. Nein. Nein, Spülerado. Nein, das wollen wir so nicht. Eieiei, Leute. Ich glaube, es ist besser. Es ist auf jeden Fall besser. Da haben wir noch ein Krankenhaus. Leute, sind da kein Krankenhaus? Warum ist hier kein Krankenhaus? Auch nicht? Was ist denn jetzt los? Ich habe das total ver... Ach, die sterben alle. Das ist nicht gut. Ich müsste eigentlich direkt da ins Reihen bauen, ne? Großes Krankenhaus. Ich müsste eigentlich direkt da eins reinbauen. Warte mal. Mal hier. Wo? Was brauche ich denn nicht so? Das weg. Krankenhaus. Entschuldigung, Leute. Zack. Besser. Viel besser. Feuerwehr. Feuerwehr. Schauen wir das. Großes Feuerwehrhaus. Das machen wir tatsächlich da daneben. So. Polizia. Gefängnis. Gefängnis ist wichtig. Auch außerhalb. Machen wir da hier. Großes Polizeiquartier. Was ist das? So. Dann haben wir das jetzt alles mal beendet. Wieso ist der Müll jetzt noch immer gelb? Müllverarbeitungsstatus. Das verstehe ich aber nicht. Er müsste ja eigentlich gut sein, oder? So, weil das nicht verbunden ist. Schau. Aber warum bist du nicht verbunden? Du müsstest da doch... Er müsste da doch durchkommen. Hm. Da bin ich jetzt ein bisschen überfragt. Das verstehe ich nicht, weil wenn ich das ja daher mache, dann müsste der ja dort reinfahren können. Die Polizei... Schau. Die Polizei fahrt ja auch rein. Das ist schon komisch. Das ist sehr eigenartig. Dann müsste der ja auch fahren, oder? Er fahrt nicht. Sie fahren eh. Warum bist du dann... Warum bist du dann... Du bist schwarz. Das verstehe ich nicht. Hm. Sehr interessant, oder? Muss ich ja sagen. Ich weiß es nicht. Egal. Schule. 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 Schau mal aus. Große Grundschule. Wo Fehlzen überhaupt? Da haben wir ja eh genug... Da drüben, gell? Wir brauchen eigentlich nicht... Wir brauchen nur ein bisschen. Nur ein bisschen. Und wir machen da jetzt halt noch eine rein. Würde ich gar nicht, glaube ich, ganz cool finden. So. Und dann einfach neben die Autobahn. Wer... Wer lernt da nicht gern, oder? Ich meine... Was will man denn mehr? Zack. Bibliothek. Kann man eigentlich da auch reinmachen gleich dazu. Und eine Uni. Die brauchen wir aber nicht. So. Also anscheinend fahren die aber. Aber ich sehe es nicht. Aber ich muss das ein bisschen anders planen. Und jetzt. Schaut's jetzt aus. Na. Das ist sooo komisch. Das stimmt ja was nicht, oder? Hm. Das mit dem Zug. Das muss ich auch mal anders machen dann. Ah. Das überlegen wir sie später. Die Frage ist jetzt trotzdem. Wie kriege ich diese Müllverarbeitungsanlage zum Arbeiten? Die Müllverarbeitungsanlage zum Arbeiten. Dass da mal los da weg geht. Oberschule. Oberschule. Immer noch. Das gibt... Das kann nicht sein. Oberschule. Das kann nicht sein. Da ist keine. Da ist keine. Was ist denn da passiert? Was ist da passiert? Mach das weg. Weg. So. Dann mach da eine Straße durch. Eine Fußgängerstraße. Beziehungsweise einen Gehweg. Einen normalen. Fahrradstraße. Na. Pflasterweg. Einmal. Dann mach jetzt da die Oberschule rein. Geht sie wieder nicht aus. Warum baut? Du sollst dich nicht herbauen. Nein. Du machst da jetzt die... Was hin? Und da kommen jetzt zwei Wegchen hin. Ja. Da war er. Komm. Danke. Und da auch. Nein. Das können wir da noch ausmalen. Beziehungsweise da machen wir noch... Was hin? Da machen wir nix hin. Aber da machen wir was hin. Und da... Malen wir. Ein bisschen größer. Malen das da einfach aus. Das sieht cool aus. Ja. Besser. Das schaut doch geil aus. Sind so kleine Details. Das schaut cool aus. Mag ich. Dann müsste man... Ja. Genau. Schule. Schule Ding ist weg. Jetzt müssen wir irgendwie... ... dieses Teil dann noch zum Laufen kriegen. Warum die da nicht durchfahren. Ist mir ein absolutes Rätsel. Es ist jetzt einfach zu steil. Kann halt sein. Das kann halt leider einfach zu steil sein. Aber... Naja. Okay. Bitte. Was ist das jetzt für ein Schmorn? Das mach weg da. So. Jetzt nochmal. Baut doch bitte einfach deine stinknormale Straße hin. Oder... Können sie auch anders probieren. Ich hab eine andere Idee. Das lasst... Das bauen wir dann wieder. Aber... So. Wir machen da die Straße. Also ich probiere es da zumindest. So. Vielleicht funktioniert sie da dann. Wie hoch sie man gerade. So. Und da geht es dann bitte. Wenn es geht. Zurüber. Ich nehme dich. Verschiebe ich ein bisschen. Kopieren. Baut es da her. Ja. Schaut schon nicht so schlecht aus. Ich meine schlecht kann da ein bisschen werden. Durch das. Aber... So flackert denn das so jetzt da. Schaut mal. Schaut euch das. Das muss mir... Das ist doch so eigenartig. Das ist so eigenartig. Oder? Jetzt. Machen wir die C-Baustreifen weg. Wieder mal. Das ist auch so ein leidiges Thema bei mir. Ich mag das einfach nicht. Können die da jetzt drüber fahren? Oder geht das nicht? Das schaut aus. Wurscht. Fahren die da jetzt? Oder fahren die da nicht? Nicht. Ja okay. Ich... Ich... Ich muss mal da... Ich lasse das jetzt. Ich muss mal das anders überlegen. Mach das weg. Da... Das ist... Das ist ja schmal. Da überlege ich mir dann was anderes. Wurscht. Lass das jetzt mal auf der Seite. Das ist jetzt mal nicht so wichtig. Ich wollte das ja hier machen. Das werden wir jetzt angehen. Ähm... Rassenbahn. Wo bist du? Du bist... Du bist... Ah. Beziehungsweise... Ich hätte halt hier gerne in der Mitte dann so einen größeren Bereich, der frei bleibt. Was machst du? Was macht der? Soll ich aber verbessern. Da fahr jetzt mal einfach nur stinkt nochmal grad durch. So. Da lassen wir frei. Größeren Bereich. Da baue ich dann ein bisschen was hin. Das machen wir so. Ja. Obwohl, warte, haben wir ja gesagt. Das lassen wir frei. Beziehungsweise... Hätte ich dann schon gern. Nein! Verdrückt! Leute, ich sag's euch. Man verdrückt sich so schnell. Ähm... Bam, 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 bam. Das haben wir verbunden. Obwohl, ich würde das dann sagen... ...dass wir da ein bisschen mehr Ding haben. So, ja, das wird dann da mehr... Ja, 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 das ist besser. Obwohl, warte. Die Straße nicht mehr. Die möchte ich so haben. Genau, da kann sich's ja dann aufteilen. Das passt schon so. Das ist gut so. Da fahrt die Straßenbahn dann drüber. Und da machen wir... Da hab ich mir überlegt... Irgendwas cooles. Was wohl größeres, was schönes. Können wir da ja hin machen. Na, Wintermarkt. Ich bin nicht so der Winterfan, sag ich ehrlich. Was ist denn das eigentlich für eine geile Statue? Warum kann ich das da nicht herwohnen? Achso, da muss wieder eine Straße daneben sein. Was ist das? Einkaufszentrum der Mäßigung. Warum nicht? Das sind alles so Gebäude, ne? Das ist alles zwar schön und gut... Aber wisst ihr, was wir da reinmachen können? Moment. Moment. Ja. Sowas, nämlich. Oder wir machen da so eine richtig fette Sportstätte oder sowas. Wisst ihr? Boah, das wär cool. Wenn das da in dem Bereich, wenn das dann so Straßen angebunden ist. Hierher oder sowas. Das muss immer noch... Was haben wir denn da alles? Holzfußballstadion. Kupferschüssel. Ich bin eher der Fußballtyp. Sag ich ehrlich, was ist das? Einmal irgendein Football. Naja, das ist das Bild zu klein. Also zu klein nicht, aber... Obwohl das schon geil ausschauen. Ja, da. Sowas, sowas bauen wir uns da rein, Leute. Jetzt haben wir da. Shopping Plaza. Okay. Okay, 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 okay. Lass mal machen. Wir sind jetzt schon bei 65.000 Einwohnern. Es steigt doch alles schön. Das ist gut so. Die sind eigentlich ganz gut versorgt da. Da hinten haben wir unsere Industrie. Wir müssen halt noch schauen. Wir brauchen, glaube ich, deutlich mehr Leute. Deutlich. Osterlebensmittelhandel. Okay. Warte, schaut's. Wir machen da so eine Shopping Mall rein. Und machen hier dann das Fußballstadion. Das können wir machen. Aber zuerst machen wir eben unsere Straßenbahnlinien, damit wir das einmal haben. Weil, dass die da mal fahren kann. Weil das würde ich ganz geil finden. Das heißt, wir müssen auf das Tool gehen. Ah, ja. Und wir müssen jetzt Linien hinzufügen. Linie hinzufügen. Äh. Sieht man das? Ah, da. Schaut's, das ist ganz geil. Einmal. Wir fahren von da. Einmal. Wir müssen schauen, wo die wichtigen Punkte sind. Einmal. Einmal daher. Dann daher. So. Dann so. 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 Da fahren wir mal nicht rein. Das lassen wir mal. Dann fahren wir da rein. Da so rein. Da rein. Da rein. Komme ich da dann rundherum. Aber da muss ich auch noch was machen. Theoretisch. Dass wir da durchfahren können. Aber das machen wir dann eh. Richtig ist jetzt einmal, dass wir da so durchkommen. Dann fahre einfach da so durch und dann schließe sie. Genau. Dann machen wir da noch eine Haltestelle. Linie abschließen. Leute, wir haben unsere erste Straßenbahn. Ich hoffe, sie fährt gleich. Wo ist sie denn? Woa. Holy. Ich glaube, sie wird genutzt. Okay. Ist okay. Okay. Wie viel warten da? 519. Oh, oh. Leute. Ich glaube, wir müssen. Da kommen's. Hä? Was war das jetzt? Ich glaube, er hat abgehakt. Ihr fahr doch. Da fahren's. Da fahren's. Ist der erste schon da? Ich will sehen. Ich will sehen. Ich finde nämlich übrigens, der Bahnhof, der schaut so geil aus deiner Mitte. Das fahre ich total. Wie viel warten da jetzt schon? Das ist zu viel. Die wollen da alle rüber. Ah, geil. Ja, bis die da sind. Wo sind denn die? Sie kommen nicht. Straßenbahn. Ah, jetzt. Jetzt langsam. Ich glaube, die erste ist gleich da. Ah, jetzt werden auch die Hochhäuser. Ich liebe es. Leute, ihr dürft es nicht so viel. Wo sind die? Ah, da, 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 da. Borg. Ich hätte nicht gedacht, dass das so eskaliert, muss ich echt sagen. Wir sind jetzt bei 1772. Das steigt. Es steigt. Es steigt. Das ist zu wenig. Das ist zu wenig. Aber Leute, das muss ich mal einpendeln. Also, ich hoffe, dass sich, ich hoffe, dass sich das noch einpendelt. Aber er ist ja gigantisch. Ei, 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 ei. Wieso ist das da? Weil die da stehen. Das ist viel zu viel. Ich, das ist... Wo sind denn eigentlich die anderen Straßenbahnen? Die müssen ja... Ist du wahnsinnig klar, Alter. Aber geil, es funktioniert auf jeden Fall. Also, ich habe da anscheinend was Gutes gebaut. Was funktioniert. Und schaut jetzt, wie die Stadt... Die Stadt schaut jetzt schon viel geiler aus. Den ganzen Hochhäusern und so. Das macht viel mehr Bock, finde ich. Na gut, meine Lieben. Ich würde sagen, mit diesem Bild... Mit 1800 Passagieren für die Straßenbahn... Lasst euch mal in Ruhe. Ich niest das noch ein bisschen. Ich hoffe, ihr hattet dann Spaß mit der Folge. Ich verlinke euch oben im Video. Wie immer die anderen Citys Galens 1 Videos. Schaut da bitte gerne mal rein. Schreibt es mir auch gerne mal in die Kommentare... Was ihr vom Spiel haltet. Und generell, wie ihr es findet. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr ein Like da lasst. Abonniert es, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Und ich wünsche euch noch einen... Wunder, wunderschönen Tag. Macht es gut. Bis zum nächsten Mal. Euer Spieloral. Ciao.